Mache ich jetzt. Willkommen bei YouTube, allen die nicht zuschauen. Warte mal, das heißt du musst einer von den Ex-Schülern sein, um Gottes Willen bist du's. Na, warte mal, Mustafa, oh mein Gott, hast du nichts besseres zu tun, Musti? Was studierst du überhaupt? So, continue. Ja, ja, was auch immer. Wir versuchen gleichzeitig die Geschichte weiterzumachen, während mein Chat versucht mit mir zu reden. Ah, danke. Das höre ich gern, dass du nicht Musti bist. Aber du bist aus der Klasse. Nehme ich mal an. Das heißt, es fallen eh nur ganz wenige Leute runter, die es sein können. Es könnten... Lass mich denken. Salem könnte sein. Michi könnte sein. Sonst irgendjemand, der verrückt genug wäre, aus der Klasse mir zuzuschauen. Schwer zum Sagen. Ich kann mich zu wenig erinnern an die Dings. Maschinenbau. Bist du wahnsinnig? Wenn ich bedenke, dass ich irgendwann nur eine Maschine benutzen müsste, die Musti zusammengebaut hat. Also Salem. Warte, ist Salem da zweite Braune in der Klasse? Habt ihr euch als Braune bezeichnet? Ich kann mich gar nicht mehr so gut erinnern. Oh Gott, das ist so lange her. Ah, ja, continue. Schon zwei Jahre, oder? Between you and this title, a gang of bandits hold sway in the stolen lands. Their chief, who they call the Stag Lord, considers himself the rightful owner of these lands. Ja. Okay, also wir müssen irgendeinem Typen killen. His head. And you'll be able to return to the stolen lands as their legal ruler. That's a good point. As I see it, this Stag Lord already holds power over the region with confidence. Many noble bloodlines were started by bandits, who just got lucky. Yay, Jato. Du sagst es voll und ganz richtig. Wir haben vor, ebenfalls einer von diesen Rogues zu werden. Tja, was können wir ändern? Und das, obwohl ich ein Musterschüler war, das verletzt wirklich meine Gefühle. Warte mal. Ah, ich tue mir echt schwer, die Klasse im Kopf zu haben. Es gab ein paar, die sind so off-fällig, weil sie so viel geredet haben. Wir haben eben Salem und Musti und Michi. Aber ansonsten kann ich mich noch an Layla erinnern und das kannst du nicht sein. Ich kann mich noch an Omnia, Omnia glaube ich, ja, Omnia erinnern. Ich merke mir keine Namen. Noch schrecklicher. Adam kann ich mich natürlich erinnern, aber Adam bist du sicher nicht. Der hat Besseres zu tun. Verdammt, ich sollte niemandem sagen, dass ich um neun streame. Da muss ich mich daran erinnern, welche Schüler ich noch kenne, die vor zwei Jahren maturiert haben. An Jessie kann ich mich natürlich erinnern, weil er bei mir maturiert hat. Viktoria kann ich mich erinnern. Ja, Sahas gibt es aus der Klasse noch. Bis du Sahas. Wir waren noch in der Klasse, da waren noch ein paar. Nico. Nico war auch noch in der Klasse. Dann die Freundin von Layla, die immer mit der Layla rumgelaufen ist. Wie hat sie geheißen? Wie hat sie geheißen? Dragana. Ich glaube zumindest Dragana. Ja, Dragana. Ich habe sicher irgendjemanden vergessen. Mehrere Leute wahrscheinlich. In der sechsten hat sie eine Schweizerin dabei gehabt. Du bist nicht Sahas? Doch, Salem? Habe ich dich wenigstens erwähnt unter den Leuten, die ich aufgezählt habe? Bitte sag nicht, dass du Vicky bist. Vicky wäre lustig. Also, Salem habe ich aufgezählt. Du bist sicher, Salem. Salem hat nichts Besseres zu tun. Sagen wir mal. Okay. Gut, warte mal. Ich muss dir weiter irgendwas sagen. Ich kann nicht nur irgendwelche Schüler aufzählen. Ah, das ist gut, die Antwort. Ich mache es für einen Zeitpunkt, um dir zu helfen. Wir haben noch nie begonnen. Und du sprichst bereits über Gibeian Rewards. Was macht dich, dass wir sogar überwachsen werden? Ja, das kann schon sein, dass ich dich vergessen habe. Ich habe dich sicher nicht vergessen. Du fällst mir nur nicht ein. Das macht es sicher nicht besser. Ich überlege wirklich gerade, wer in dieser Klasse herumgelaufen ist noch. Annika fällt mir auch noch ein gerade. Ich glaube, Annika hat sie geheißen. Oder? Ja, Annika. Soll ich mir die Idee offenbaren? Ja, damit du mich bloßstellst vor aller Welt, dass ich deinen Namen vergessen habe. Ist klar. Mach gleich. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, Roshad, oh Gott, danke. Hast du nichts Besseres zu tun, als mir zuzuschauen, Roshad? Ich bin ein schlechter Mensch, ich hab dich vergessen. Nein, hab ich nicht. Ja, aber du musst zugeben, Sahas ist auch dunkel. Sahas war so eine Klasse, oder? Ja, tut mir leid. Du wirst es überleben, hoffe ich. Ich hab sicher andere Leute aus eurer Klasse auch vergessen, oder? Du kannst ruhig noch Leute aufzählen, die ich vergessen hab. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das ist jetzt sicher nicht lustig zum Anschauen, nachdem ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten mit irgendjemandem rede. Das stimmt, dass ich jemand anderen noch vergessen hab, oder? Ja, 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 ja. Und was ist das Geräusch in dem Luft? Ist das Geräusch von ungesprochenen Worten und politischen Intrigue? Äh, okay. Hä, die hatte ich das letzte Mal gar nicht mit. Die kann ich mich nicht erinnern, dass ich die überhaupt gesehen hätte am Anfang. Vielleicht können wir die doch mitnehmen. What rewards can we expect exactly? Ja, weiss ich nicht. Geld? Glory? Sklaven? Veko hab ich vergessen. Ah, die zwei. Frau und Stefan, stimmt, die hab ich auch vergessen. Oh mein Gott. Was übst so gerade, Roschatz. Ja, du kriegst lieber was zum Essen, Amiri. Ja, 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 ja. Okay. Haa, okay, ist gut. Excellent. You venture forth tomorrow. For now, you can take some time, to get to know one another data. Or you can head straight to your computer, to get some more. You'll find, we've already prepared supplies for you there. And thank you again for agreeing to take card in this expedition. I wish you luck. Matrizen und solches Zeug. Thank you again, with all my heart for replying to this call. Ja, 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 und wir gehen sogar in unserem Spiel weiter ein wenig. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Danke, danke. Das ist so... ...so schwülstig. Das ist ja schrecklich. Ich glaube, wir können mit den ganzen Leuten reden. Ja, 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 ja. Willst du diesen Stag-Lord-Lessern lernen? Wir werden sicher nur warten, wir haben viele große Feats in der Store. Ein Mufasa. Also Lion King gesehen eigentlich? Mufasa ist eine gute Anspielung. Ja, was denn? Du wirst mich nicht mögen, das weiss ich jetzt schon. Du verstehst selbst nicht, was wir machen. Keine Zahlen mehr in einer Rechnung gesehen. Ja, ich fürchte höhere Mathematik hat wenig mit Zahlen zu tun. Das stimmt. Das heisst, integrieren tut sie aber auch nicht. Dafür braucht man Zahlen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin kein Hero, ich bin nur ein Mercenary. Das ist gut. Ist das nur Rechte? Oder möchtest du auch Glorien? Wolltest du nicht, dass deine Feats erinnert und für Jahrzehnte erinnert werden? Aber warte mal, du hast vor zwei Jahren maturiert, hast du Zwillings Bundeshebemacht, wo es irgendetwas ausschaut? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Und hier sind wir, mit einer heroischen Rechnung vor uns. Wer wird der Hero sein? Einen Dwarf, der klingelt, wie wir alle sterben? Oder vielleicht die verrückte Scythe-Lady? Oder, Gott sei Dank, Tartuccio? Kein Weg! Okay. Wir könnten natürlich sagen, dass wir nichts gegen den Tartuccio haben. Ich finde hier Miri auch cool. Oh ja, sie ist fantastisch. Du könntest sehen, dass sie eine Beerscheid mit ihren Beerenhänden zerbrechen könnte. Aber sie könnte... Rettung oder so irgendetwas. Aber, ich meine, ihr Schwert ist zweit so groß, als ich bin. Sie könnte mich nicht bemerken, ohne mich zu bemerken. Einfach ein bisschen denken. Okay? Ich bin sicher, dass du alle agreest. Okay. Ich gehe in meine Zimmer, um heute Abend zu schreiben. See you in the morning! Ja, ja. Whatever. Das heißt, du bist erst im ersten... Äh, du hast erst, ähm... Ein Jahr quasi hinter dir. Das ist ja eh nicht so schlimm. Das Schlimmste kommt erst. Sprechen wir mit der Scythe-Lady. Die ist cool, die mag ich. Nein, die will nicht mit mir reden. Adventurer. Ich glaube, die wollen alle nicht mit mir reden. Ich glaube, wir müssen ins Zimmer gehen. Adventurer. 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 To move the camera. Use dust. Na, okay. Ich glaube, das schaffe ich. Da ist noch irgendwas. Da ist der Harem. Das ist einer von diesen Priestern. Rotes Kreuz. Bei den Bösen. Ich war beim Samariterbund. Es sind aber alle mehr oder weniger das Gleiche. Ich hoffe, du musst es nicht zu viel zahlen. Jaja, don't shoot tutorial. Ich kenn das. Wir gehen. Andererseits, es gibt schlimmere Zivildienststellen. Ich hab den Rettungsdienst ganz gern gehabt. War eigentlich ganz lustig. Und ich meine, ich weiß nicht genau, ob es für euch auch so war. Aber wenn man sich ein bisschen arrangiert hat, hat man sogar relativ angenehme Dienste gekriegt. Okay. Was? Jetzt schon? Ist das ein Schock? Was ist passiert? Die Mansion ist unter Attack. Wir müssen uns helfen. Echt? Müssen wir das? Was? Ah. Sehr gut. Ah, sehr gut. Gut. Nein, 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 nein. Bevor wir da irgendwas machen, möchte ich zunächst einmal... Ah. Du bist nicht weg. Ich werde mein Name unter deinem Fleisch schieben. Ah. Okay, warte mal. Wir haben diese Fähigkeit Study Target. Das machen wir als erstes. Warte mal. Ja. Muss ich das anklicken? Auf ihn machen? Was? Wieso haben wir einen Bogen? Verdammt nochmal. Kann mir das bitte jemand AC erklären? Warum hast du einen Langbogen? Weißt blöder Zwerg einen Langbogen? Echt jetzt? Ein Flail und einen Dwarfen Ugrosh. Wir nehmen natürlich den Dwarfen Ugrosh. Nein. Ach Gott. Ich zahle nicht. Können wir bitte diesen Typen unterkillen? Die, die, die. Okay, gut. Ich klasche den auch nicht mehr. Das heisst, ich muss da auch nicht mehr auf irgendwas eingehen. Aber das war aber einfach. Wieso pausierst du da einfach? Hey, yes. Correct all. Können wir das Ding gleich anziehen? Ja, das ist genau gleich wie das, was wir haben. Na gut, dann können wir es nicht anziehen. Also wir können es schon anziehen, aber es bringt uns nichts. So. So, gibt es hier irgendwas zum aufglauben? Warte mal irgendeine Taste warten, damit man was zieht. Mit alt. Genau. Okay, wir rennen rum. Die Assassins are already here. Ja, das habe ich mitgekriegt. Da war einer in meinem Zimmer. Ha, den kann man plündern. Das ist das Wichtigste. Was ist, wenn wir mal in die Richtung gehen? Geht es da auch weiter? Ah, verdammt. Falsches Spiel. Wow. Da ist eine Kiste. Mit Gold. Und Zeug. Das ist alles eins. Alles eins. Hier hat es ziemlich oft Divinity gespielt. Und bei Divinity ist die Steuerung etwas anders. Sie haben jemanden. Wir müssen helfen. Schau, sie laufen. Schau sie. Schau sie. Schau sie. Schau sie sie. Okay. Du bist mein Ziel, sagen wir mal. Machen wir die Pause weg. So lange hat es gedauert, bis ich ihn als Ziel hatte. Es wird Zeit, dass es eine Swift-Action ist. Na gut, können wir das nochmal machen. Mit dem auch. Du bist nur in Zeit. Ein bisschen länger als ich bin. Was für eine Abführer. Was für eine Abführer. Der ist so cool. Ähm. Das ist natürlich eine Falle. Ich meine, ich kenne das halt schon. Das ist ein bisschen doof. Wir könnten es dem Mädel einfach geben. Was ist das? Incense? Was kann das? Keine Ahnung. Wir könnten es ihr geben. Wieso nicht? Was ist das? Die hat schon... ...einen Ring. Hä? Hä? Die kann das gar nicht nehmen. Die kann das gar nicht nehmen. Die haben wir equipped by this character. Und er kann es auch nicht equippen. Das ist ja arg. Ah, die kann das equippen. Kann er dann die... Nein, kann er nicht. Ist eh klar. Na gut. Dann equippen wir es halt. Wir wollen nicht so sein. Wir wollen ihm den Spaß nicht verderben. Achso. Let's shigaleg! Nehmen wir das Zeug auch noch. Achso. Könnten wir bitte alle mitnehmen. Äh, was war das? Das war glaube ich alles. Nein, das waren die Formations. Ähm, das da. Ja. Ich gehe dann mal meine Übungen machen. Eine gute Idee. Das ist auf jeden Fall besser als mir zuzuschauen. Ich hoffe, du schaffst deine Übungen. Und... Viel Spaß bei der Prüfung dann. Du solltest immer Spaß bei Prüfungen haben. Das ist auf jeden Fall besser als keinen Spaß bei Prüfungen zu haben. Wenn du die anderen siehst, lass sie schön grüßen von mir. Und sage ihnen, sie können gerne vorbeischauen. Wenn ich mich halbwegs konzentriere, spreche ich sogar mit ihnen. Ah, da kann man von hinten reinkommen. Und das ist ja cool. So. Du. Könntest eigentlich anfangen zu singen. Inspire Courage. Du. Du bist doch einer von diesen coolen Sorcerern. Also mach doch bitte das hier. Und ich... mache doch gleich das hier. Mufasa! Mufasa! Yay! Du bist ja wohl langsam. Fräulein. Könntest du den ausmachen? Du. Machst bitte den tot. Du. Machst bitte den tot. Au. Können wir das bitte lassen? Das dauert ja wohl lang. Bis wir die Typen erledigen. So. Gut. Du. Du brauchst wohl. Einen. Tag. Sonst gehen wir ein. Und ich glaube an dieser Stelle werden wir auch wieder eine kleine Pause einlegen. Herrschaften. Für die Leute die mir auf YouTube folgen wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was schönes. Ja. Für die die mir jetzt noch zuhören. Ja. Tatuccio. Du kannst das alles nicht essen, gell? Du. Du kriegst allerdings das Ding hier. Ah. Du hast sogar 3. Du kriegst sogar 2. Du kriegst... Hey! Die hat sich okay. Wie viel Wounds. Pass. Ah. Du hast eh schon 3. 2. Pass. Du gehst dann direkt nehmen. Bist du der Markkämpfer. Hm. Da drüben kommt keiner mehr. Pass. Oder was machen wir was zum Blöden dann? Tote Menschen. Oh my god. Ich bekommearsi den Block zu gefährden. Noch mehr Tote Menschen. Wir machen alles auf. Sooo... Und Willkommen zurück meine lieben Freunde. Ich bin Seuer Odo, bei meinem Livestream und gleichzeitig Aufnahmen auf YouTube von Kingmaker Pathfinder in unserer Kampagne, wo ich Mufasa, die böse Zwergentante spiele. Mufasa, die böse Zwergentante. Mufasa, schauen wir mal. Lade toten. No. No. Ist mir jemand dead? Yay. Wir nehmen alles. Wir nehmen einfach alles mit. Mhm. Mhm. Das war's. Geht's da weiter, oder ist das da? Ah, nein, was ist denn? Oh, du will wenig essen und ähnliches finden. Und eine Katze. Wichtig, wir machen alles auf. Run for Gorum. Es ist der Ende für dich, Ratten! Ich sehe Blut! Blut! Ja. Schau das Blut nicht an, sondern tu auch was. Und zwar... Du greifst ihn an, das heißt... Nein. Ach Gott. Du musst es bitte auf diesen Wasser sehnen. Oh, du greifst auch hin. Schau das zu mir! So... Können wir einen Sturmangriff machen eigentlich? Okay, dann mach halt auf diesen Sturmangriff. Ja, ja, was auch immer. Okay, und weg ist sie. Barbarians? Ja, das ist eine Barbarin. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Heroes so sein sollten. Was? Was? Stupid, sweaty, und always looking for something to gobble up or lop the head off of? Kalistria, save me from such heroes! Where is Kalistria? Who knows the savored sting? And the unquenchable fire is the goddess of lust and revenge. Ah, okay. Okay, gut, passt. Na dann, dann räumen wir die Typen aus. Wenn sie uns übrig gelassen wurden. Was ist da? Irgendwie komme ich mir sehr langsam vor. Ach Gott. The heavy gate is securely locked. Okay. Kann man es nicht aufspringen? Ich frage mich gerade, ob ich schon aufnehme oder nicht? Ich glaube schon, oder? Das ist deine letzte Chance. Lass deine Weapons und wir werden deine Leben sparen. So, General, ich bin Angst, dass ich dir das gleiche geben kann. Ich kann dir das gleiche geben. Okay, ich muss zugeben gegen Gehen. Den will ich nicht kämpfen. Okay. Ich habe das gesehen. Der hat viel Aua gemacht. So. Nehmen wir eigentlich auf. Ja. Offensichtlich schon. Passt. Ähm. Zu sehr abgelenkt. Ähm. Weiß ich nicht. Wo sind die anderen beiden? Wieso kommen die nicht mit? Kann man da rausgehen? Nein. Offensichtlich nicht. Warte mal. Sind das zwei Typen, die nichts gemacht haben? Oder sind das Ritterrüstungen? Ja. Der hat was stehen lassen. Nehmen wir doch glatt mit. Und was mit denen? Haben auch was übrig gelassen. Was ist das? Ähm. Pushten auf den Large Person. Das ist cool. Das nehme ich knapp zu mir. In die Tasche. Ich bin froh, dass ich einen Nahkämpfer dieses Mal genommen habe. Das letzte Mal. Das ist eine ziemliche Grausamkeit. Weil keiner von uns Schaden gemacht hat. Okay. The passage is blocked. You can't make it through this way. Na dann müssen wir wohl anders gehen. Zum Beispiel da durch. Und schon wieder. Securely locked. Ach. Ein Dexterity Check. Na super. Ah. Scheinbar hat es die Linze geschafft. Da ist ein. Assassin's Bowman. Okay. Wenn die nicht gleich angreifen, dann können wir uns ja vorbereiten. So wenig Zeit. Adventscheid haben sie sie. Zeit ist verraten. Und dann ist unsere Leiter schaden. Hey, hey! Wait für mich! Work! Work! Was? Achso, verdammt. Den können wir nicht angreifen. Na gut. Dann greifen wir halt den. Und dann den. Okay, das war ja einfach. Wir nehmen alles mit. Alles, was nicht mit- und nagelfest ist. Ja, hör auf bitte zu singen. Du hast nur noch sechs Kampfe unten damit. Okay, das heißt sie kann Türen öffnen, was ich gut finde. Okay. Uh, fancy. Banded Mail. Ein bisschen schwer wahrscheinlich. Was ist das? Ein Schlüssel, das braucht kein Schwein. Ein Towershield. Das ist unser Gast groß und schwer. Okay. Gut, passt. Wir haben alles durchsucht. Naja, so großartig war das jetzt auch wieder nicht. Schauen wir mal. Rüstungsmäßig. Wir haben etwas besseres als das, was wir jetzt tragen. Was ist damit? Was ist damit? Restplay 6. Maximum 3 Dexterity. Wir haben E plus 2 nur. Ja, so großartig war das, was wir jetzt machen. Ja, ich glaube, das war's für sie, kriegen wir nichts besseres und er kann es mir so nichts besseres anziehen. Okay, da geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Tja, die sind tot. War es das deswegen, weil sie mit dir unterwegs waren, oder? Ja. Und wie haben sie alle tot, wenn du nicht einen Schlüssel hast? Sie ist schon tot. Ich werde aber kurz antworten, und nur noch einmal. Mehr Informationen und Begrüßungen werden wir warten, bis wir nicht von ein Grupp von 1,000. Bekommst du? Alles klar. Ich bin nicht tot. Diese Schäden sind tot, aber sie sind schade für mich. Was heißt, nicht tot? Ich liebe die J-Full, die ist so cool. So eine arrogante, bösartige Person. Okay, also wo müssen wir lang? Haha, GoFoodTrapFilledHallways. Okay, gehen wir zuerst mal da rein. Wir nehmen alles mit. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird mitgenommen. Aber das war's schon. Mehr nicht nied- und nagelfestes gibt es nicht. Ich sehe etwas. Fancy. Come on, Lindsay. Do us a favor and see something. Weiß nicht. Ich sehe etwas. Noch was. Applaus, bitte. Ja, wir können alles aufmachen und alles mitnehmen. Das ist schlecht. Ich hätte mir ein anderes Bild ausgesuchen sollen. Die schaut so aus, als wäre sie tot, dieses blasse Bild. Hey. Uh. Scroll of Shield of Faith und Bless. Na, schau was an. Jetzt gehen wir gleich hier in jemanden. Zum Beispiel hier. Das große Tau, oder? So, da geht's wahrscheinlich in die große Halle. Hey, was ist jetzt los? Ach so, verdammt. Falsche Tau, oder? Ich bin so ein Tipp. So, das sind die Assassins. Große Halle oder zu den Assassins? Ach, zu den Assassins. Ja. 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 Okay. Tun wir das. So, du hast auch irgendwelche Spezialfähigkeiten. Du kannst eins von diesen Dingen da machen. Resilience? Nee. Resistance? Nee. Ich glaube, das kannst du nur einmal am Tag machen. Kann das sein. Protection? Nee. Piercing? Das machen wir gerade. Okay. Okay. Das war ja schnell. Ja. Find an open a Cache in Sword Lodge. Am an die Aldoris Mention. Das machen wir doch glatt. Ist aber einfach gegangen. Echt jetzt sieben Goldstücke und ein Hufelsen. Das nennen sie Schatzkammer. Ah. Ah, verstehe. Okay. Das muss man irgendwie so drücken. Dass irgendwas aufgeht. Kann was sein. Okay. Ähm. Ich schraubte es, wie ich dachte. Und so gehen sie auf. Ah. Können wir irgendwas wegnehmen? Und das kann ich mich nicht erinnern. Das habe ich offensichtlich damals nicht geschafft. Oder gemacht. Oder erst gar nicht mitgekriegt. Dass ich da was machen kann. Was sich da direkt vorstellt. Wahrscheinlich ist da dahinter noch irgendwas. Mit Schätzen gefüllt. Ich wüsste jetzt nicht nur was machen soll. Ähm. Was ist das? Silverpisk. Und dann Hufelsen. Okay. Ich habe nicht den blassesten Schimmers. Ich habe nicht den blassesten Schimmers. Wie? Ah. Hm. Man kann diesen Dinger noch nichts in die Hand drücken. Oder wegnehmen. Ich habe mir gedacht, das würde vielleicht funktionieren. Aber scheinbar geht das nicht. Keine Ahnung wie man da weiterkommt. Wie kann man da weiterkommen? Aha, verstehe, vielleicht ist das doch so. Oh, da sind noch welche. Ich glaube, da war ich letztens nicht erinnern. Wahrscheinlich müssen wir alle gleich bringen. So, heute mal. Hier ist vielleicht irgendwo ein Buch, wo drin steht, was wir machen müssen. Die zwei. Wenn ich da drücke, verändern sich die zwei. Und der verändert nur den. Jetzt schon alles so aus. Vielleicht müssen alle runterschauen. Ah, jetzt. Was? Was ist der hier? Nein. Eigentlich irgendeiner, der den und den dort hinten gemacht hat. Okay, warte mal. Wenn der unten. Ah, so jetzt. Nein, geht's auch nicht auf? Okay. Ach Gott, wir müssen wieder zurück. Ich muss mich noch da auch noch ändern. Da tut's ja. Kannst du mal da bleiben? Damit ich sehe, ob da... Nein, du kommst da, haben wir gesagt. Entschuldigung. Schauen wir uns hin? Wir müssen hin! Ich habe immer ein zweites Plan. Okay, ich muss da ein bisschen herumprobieren, bis ich alles hingekriegt habe. Bis dahin, drehe ich für heute ab, Herrschaften. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schnaft gesund dran, was Schönes. Und das nächste Mal habe ich das Rätsel hoffentlich gelöst. Bis dann. Alle.